Was geht ab Leute, ich chill hier mal wieder im Fashion Smoke und ihr kennt ja alle noch, ok ihr kennt ihn wahrscheinlich nicht alle, aber einige kennen Dennis Dennis Bro und viele von euch können ihn nicht mögen Also am Anfang war das für mich auch so ein komischer Vogel, aber dann habe ich mir ein paar Videos reingezogen von ihm und wir teilen irgendwie denselben Humor und er hat mich gefragt, ob ich ein gewisses Video von ihm kenne die heißeste Kerze der Welt und das kenne ich zum Beispiel noch nicht und ich wollte mir das einfach mal zusammen mit euch gemeinsam anschauen und ich sage, ich würde sagen, wir legen einfach direkt mal los Kopfhörer rein und let's go Yo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir Heute mache ich wieder eine richtig heftige Challenge für euch und zwar natürlich mit Miguel Jawohl, Miguel auch am Start Und zwar haben wir zu Hause einfach ein paar Kerzen rumliegen und wir dachten uns, Digga, warum machen wir das? Vor allem eine Sache noch, ne? Immer wenn Dennis seine Videos zeigt, äh, startet, sein Intro ist immer so Yo Leute, ich bin's, Dennis und er zeigt immer so in seine Fresse rein, ich feiere das so krass Ich bin das Challenge Und was kann man mit Kerzen wohl besser dran stellen, als sich selbst weh zu tun? Also das hier wird jetzt ganz simpel ablaufen und zwar zünden wir beide einfach jeweils unsere Kerzen an und jeder von uns beiden hält seine Hand hier drunter und tropft bei dem anderen jeweils drauf und wir haben auch noch hier ein Glas voll mit Wasser Okay, sehr gut, das ist auf jeden Fall irgendwas mit Schmerzen Ich lieg's sogar zweimal Ja, alles klar Oha, was fein Feuer Und Leute, wir haben auch noch auf Mirkus und Miguels Kanal jeweils eine richtig krasse Challenge auch noch gedreht Checkt die auch noch unbedingt ab, Link dazu ist oben in der Beschreibung Wie genau machen wir es jetzt? Einfach so und jeweils umgekehrt dann einfach so gesehen, weißt du? Oh nein Geil, wenigstens so entspannte Musik im Hintergrund Ey Leute, man kann von der Scheiße Brandnamen bekommen Wenn ich es nachmachen soll, sag Bescheid Ich bin richtig schmerzempfindlich Bereit Bruder? Fuck Drei Zwei Eins Komm Okay Au Ah 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 Also es tut schon weh, ich hab da auch mal irgendwie von einer Kerze irgendwas ist ausgelaufen Es tut eigentlich schon heftig weh Ah 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 Ich bin raus Der Schmerz ist lustig Der Schmerz Du Wichser Der Schmerz Es tut so weh Bruder, hör mal Ich bin krank Was? Was ist los mit dir? Bruder, der Schmerz? Ja, du hast genießt voll Er fühlt sich lustig Ja Aus Ey Eine Minute Bruder, was willst du? Oh nein, du hast auch super gekleckert Scheiße, ich hab auch super gekleckert Leute Du hast weggezogen, Bruder Es tut so weh Bis drei machen wir, okay? Bis drei Eins, drei Ey, das ist so ein Schmerz Bruder, guck mal meine Hands Die fängt gelustig aus der alte Lupper Ey, die tut das nicht mehr weh, du Wichser Hast du Erfahrung damit? Was? Woher? Du Wichser Was? Das ist echt Erfahrung, komm mit der Hand sie jetzt hier runter Okay, es geht los Oh, oh, oh Oh, oh Du willst ja ran deswegen Was? Erdaktik Was? Ich mach gar nichts Oh Ah Warum tut dir das nicht weh? Ich weiß nicht, mir Geld tut das voll weh, Dennis irgendwie gar nicht Ich glaub ich muss das wirklich auch selbst nachmachen Ich mein auch Mach mal deine Finger gehen und lass mal auf die Finger machen jeweils Okay Ah, auf die Finger Auf die Finger Auf die Finger geht? Ach, auf die Finger geht Ja Ey Oh nein Digga, was ist los mit dir? Ah Es tut trotzdem richtig weh Ey, er hat gar kein Schmerz empfinden Au Er ist krank Boah Das hat irgendwie grad heftig wie auf der Stelle Du hast es zwischen den Finger und was Ah Leute, ich kann nicht gegen Dennis gewinnen Er ist so krank, er ist immun Er ist immun Komm, letzte Runde Komm Leute, ich muss ein Ach so, die machen es mit Runden Ah, das hab ich erst jetzt mitbekommen Wie Geld wieder verlieren wir jetzt Liked jetzt, wenn ihr an mich glaubt, Leute Drei Drei Zwei Boah, die Oberseite von den Fingern, Alter Okay Drei, zwei, eins, go Ah Du Fischer 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 Leg dich Ey, gut auf den Fingern tut das so unnormal heftig weh Was haben wir gemacht? Leute Leute, gönnt euch das Ey jetzt ohne Spaß Sag mal bitte Bescheid Ob ich das nachmachen soll Vielleicht sogar mit Julian Wenn er sich traut Alter Aber ich hätte auf jeden Fall Bock auf diese Challenge Boah und jetzt kommt die XXL Kerze Kranke Bestrafung an Miguel Vielleicht für diese Bestrafung Das wird so wehtun Leute Ohne Scheiß Das sind meine Freunde Das sind meine Freunde Klar, wenn du solche Freunde hast, brauchst du keine Feine mehr haben Wenn man solche Freunde hat, braucht man keine Feine mehr Ja Alter Und schmelzt das dann einfach slow Ja, ne? Ja, klar Guck mal, das lässt lange auch Wow, siehst du das? Ja Ja, das ist cool Hier sie ist am schmelzen Das schmelzt schon so richtig Wow, guck mal Richtige Pfütze hier So pink Pünke Pfütze So Leute, die Kerze ist jetzt vollständig geschmolzen So siehts ja aus Okay, darauf hätte ich aber jetzt gar keinen Bock Komplett vollständig geschmolzen Die war eben noch am kochen Also dieser Wachs war einfach am kochen Viel Spaß, Bruder Ich teste jetzt mal, ob es heiß genug ist Guck mal, ich teste in Miguel's Bestrafung Wie krass bin ich Du Knecht Bruder, das war heftig heiß gerade Das sieht nicht mehr aus wie Wachs Das ist so richtig durchsichtig Das ist das Brandblasen Oh nein Kannst du abperlen so Boah Alter krass Okay Bruder Bist du bereit? Alter Nein Halt dein Anteil Ey Leute, das wird jetzt so wehtun Wir müssen direkt alles auf einmal Warum machen wir das? Bruder Leute, wenn ihr jetzt nicht liked dafür Ah Zieh nicht weg, du musst das nicht machen, okay? Oh, wie seine Hand anfängt zu zuttern Das fühlt sich bestimmt gleich so voll cool an, wenn das so anfängt Boah, was für ein Kranker Okay, komm 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 Gebt mir ein bisschen so rüber auf den Ah, tut das weh Bruder, halt dein Hand zu drehen Das ist zu weh Okay Achso Ahhhh Nein, das ist kalt Es brennt Ahhhh 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 Es ist getrocknet Ahhhh Es tut so weh Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Bruder, es tut so weh Es war so ein kurzer und stechender Schmerz Es tut so weh Leute Es sieht aus wie so ein Gummihandschuh Bruder, es sieht cool aus Es sieht cool aus Es sieht cool aus Brofist Brofist Ich glaube das reicht erstmal mit dem Video Die Jungs sind einfach behindert Deswegen vermisse ich Miguel Deswegen feiere ich Dennis Und genau deswegen denke ich mache ich genau diese Challenge nach Die nächsten Tage auf YouTube Ich bin bereit Und äh Ich freue mich auf die Schmerzen Ich hoffe euch hat die kleine Reaction gefallen Und das war es erstmal mit diesem Video Haut rein